Die Abfahrt des Zuges war für 21.30 Uhr angekündigt. Das ließ sich noch schaffen. Irgendwie mussten die Leute um Toni herum sofort mitbekommen haben, dass er ein Ticket der ersten Klasse besaß. Zunächst wurde der Geschäftssinn eines Kofferträgers aktiviert, der das Gepäck wie selbstverständlich auf einen Trolley hievte. Diese Aufdringlichkeit nervte, aber da er dem Mann das Geschäft nicht steitig machen wollte, ließ er die erzwungene Dienstleistung zu. Ein paar Minuten später hörte man lautes Geschrei und Toni drehte sich um. Jemand versuchte einen streuenden Hund zu verjagen, der in der Nähe der Abfallbehälter nach Essbarem suchte. Der Hund wurde einmal kräftig von einem Besen erwischt. Das Jaulen traf Toni bis ins Mark. Er konnte seinen Blick nicht abwenden und griff in seinen Rucksack, um nach dem Sandwich zu suchen. Der Kofferträger gestikulierte mit der Hand und gab zu verstehen, dass das keine gute Idee sei. Toni ahnte nicht, was er sich mit seiner Tierliebe einhandelte. Er warf dem Hund einen Brocken Brot zu. Niemand hinderte ihn daran, aber eine Menge missbilligender Blicke saß ihm im Nacken. Der mittelgroße, abgemagerte Hund kam vorsichtig näher. Die Aussicht auf einen weiteren Happen machte den Mut größer als seine Angst. Blitzschnell schnappte er sich das Stück, um sofort wieder auf Distanz zu gehen. Das nächste Stück nahm er schon mutiger, ohne sich gleich zurückzuziehen. Der Mann mit dem Besen schien nur darauf zu warten, dass sich Toni entfernte. Natürlich war klar, was dem Tier ohne die tierlieben Bahnreisenden blühen würde. Plötzlich rannte der Hund davon, als würde er von einem unsichtbaren Angreifer bedroht. Mit dem zerrupften Sandwich in der Hand war Toni die Enttäuschung anzusehen. Er wollte es schon in den Mülleimer werfen, stopfte es dann aber doch wieder in eine Seitentasche des Rucksacks. Toni prüfte sein Ticket, das den Aufdruck AC1 hatte. Ein Zugbegleiter zeigte auf den übernächsten Waggon, der eine solche Aufschrift trug. Als Toni nickte, übernahm er den Gepäckwagen und schob ihn davon. Den Rucksack behielt Toni bei sich und wollte hinterher eilen, als jemand von hinten rief, »Einen Moment, Sir!« Sofort schoss Adrenalin in seine Adern. Der Ruf klang nach einer Autoritätsperson. Er drehte sich um und stand zwei Uniformierten gegenüber. Die Rangabzeichen kannte er schon seit seiner Verhaftung im Hafen. »Bitte Ihren Pass und das Bahnticket.« »Jetzt ist es aus mit meinem Ausflug. Wie konnte ich so naiv sein?« Der Koffer war bereits im Zug und Toni hörte den Zugbegleiter rufen. »Mister, wir fahren gleich ab!« Die Lautsprecherdurchsage forderte zum Zurückbleiben auf. Die beiden Polizisten schienen alle Ruhe der Welt zu haben, während sie Tonis Pass durchblätterten. Eine weitere Durchsage gab die Abfahrt bekannt. »Bitte entschuldigen Sie, mein Gepäck ist bereits im Zug.« »Was ist das Ziel Ihrer Reise?« Toni überlegte, ob er den für Ausländer unausprächlichen Namen des Ortes im Kopf zusammenbekam. Dann zeigte er mit dem Finger auf das Ticket und stotterte »Tiruwanamalai. Sehr schöner Tempel. Wie lange möchten Sie in unserem Land bleiben?« Toni schaute zur Bahnsteigkante und überlegte, ob er einfach blitzschnell auf den anrollenden Zug springen sollte. Aber der zweite Polizist ahnte wohl seine Gedanken und stellte sich in den Weg. »Mein Herr, Sie haben ein Businessvisum, aber das von Ihnen beantragte geschäftliche Ziel stimmt nicht mit Ihrem Bahnticket überein.« Von der Wagentür rief der Zugbegleiter noch einmal nach seinem Fahrgast. Tonis Knie begann zu zittern und aufkommende Wut ließ seine Halsschlagader pulsieren. Aus den Augenwinkeln erkannte er, dass die Blicke der Passagiere an den Fenstern nicht mehr auf ihn gerichtet waren. Was hinter dem Polizisten geschah, der seinen Pass immer noch anstarrte, war wohl interessanter. Erst jetzt erkannte Toni seinen zotteligen Freund, der im Vorbeigehen das Hinterbein hob und dem Polizisten an die Hose pinkelte. Die Respektlosigkeit des Hundes zeigte seine Wirkung. Der zweite Polizist jagte dem Hund hinterher, während der entehrte Kollege fluchte und die Hinterlassenschaft vom Hosenbein abschüttelte. Pass und Ticket hielt er währenddessen etwas von seinem Körper ab, was Toni als Aufforderung ansah, zuzufassen und zu verschwinden. Der Zug bewegte sich bereits im Schritttempo. Im Schlängellauf um die vielen Koffertrollys versuchte er noch eine der Wagentüren zu erreichen. Seine Hand bekam die Tür zu fassen, aber das Ding ließ sich nicht öffnen. Noch 30 Meter, dann war der Bahnsteig zu Ende. Panisch sah Toni das querstehende Gitter, welches seinen Lauf gleich abrupt beenden würde. Noch 10 Meter. Die Tür wurde von innen aufgerissen und der freundliche Zugbegleiter rief, bitte beeilen Sie sich, Mister. An anderer Stelle hätte Toni diese Bemerkung vielleicht lustig gefunden, aber jetzt musste erst einmal der Sprung in den Wagen gelingen. Einen Meter vor dem Bahnsteigende kam der Moment, sich zu entscheiden.